Das ist wie bei allem, es gibt Löcher und Löcher. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Leinwand geschnitten, bei der hier ist das passiert, dann verkaufen wir die auf keinen Fall mehr. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann. Hier, so ein bisschen sieht man die Reflektion. Wenn das ganz fein ist, dann kannst du das retten, indem du ein bisschen Leinwandstoff dagegen schnippst, wie hier. Dann gibt es aber Sachen, da ist einfach zu viel Glory im Hole gewesen. Und das da rettet dann, wie gesagt, keiner mehr. Also auch für den normalen Haushaltsgebrauch. Das ist dann halt rum, da ist der Kies gegessen, da musst du was anderes draus machen. Dann hängst du vielleicht an eine glückliche Tür, wo lustige Passanten vorbeikommen. Aber bei uns fliegen die Bilder dann grundsätzlich in den Müll. Wenn ein Loch drin ist, ist ein Loch drin.